Und willkommen wieder bei R.I.S. Son of Rome im dritten Teil. Wir sind gerade am Ufer angekommen und wir sollen die Ketten lösen. So schauen wir mal, wie wir das anstellen. Die gesamte Flotte zerstört! Am rechten kann ich immer Fokus drauf machen, auf das Ziel. Ja, hier hoch. Auf deinen römischen Mitbürgern. Ach, wir können auch gedrückt halten, um einen heftigen Angriff zu machen. Aber er ist blockend. Oh, der hab ich gleich gesehen. Ich suche da hinher. Wir haben doch einen Fokus. Ich könnte Fokus jetzt nicht mehr haben. Über die Anzeige auch, ne? Ich muss die Exaktion. Ich muss die Exaktion umblocken. Äh, weißt du was? Aber jetzt nicht mehr. Meinst du, dein Schild hält mich auf? Ja, tut es. Auch nicht ewig. Machen wir. Tja, aber wir haben jetzt keine Sperre zum Werfen. Gegewebem Pfeilen auszuweichen. Dies ist deine beste Option. Gegen Pfeile. Ah, kannst du auch Pfeile abwärmen. Was von dir? Ja. Ich muss schon zurückschießen auf die. Geh, wir müssen näher ran. Über. Weiter geht's. Hast du auch nicht mitgerechnet, ne? Dass dein Hals jetzt ein Loch hat. Das sind jede Menge. Da können wir doch in die Mitte gehen. Und. Oh. Ha 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 ha. Oh, da lachst du nicht mehr. Sucht weiter nach Überlebenden. Ich kümmere mich um sie. Oh, da lachst du nicht. Ich kann den Decken noch mitnehmen. Ah, verdammt, nun mit Rollen macht's, geht das nicht auf jeden Fall. Blocken muss sein. Ergeben? Löst, sterben. Nächster Rang frei geschaltet, jawohl. Noch ein Fall für einen Notfall zum Schmeißen? Männer, hört ihr zu! Unsere Flotte ist verschnürt, das Ufer ist in feines Hand! Unsere Fender sterben im Wasser, wir müssen uns zurückziehen! Jau! Kurios, schuhe uns, schuhe uns! Er muss vorfallen! Sieht ihr uns zurück? Haben wir einen Sandelkopf? Wer ist keine Ahnung? Hat da niemand mit gerechnet? Die Staten sind gut! Also, ich bin auch im drücken Fall auf die Sorge. Schaut euch hier noch. Jetzt. Kann ich die schmeißen? Aber nur auf die, die unten sind. Oder noch mehr? Der ist die Eins an dem Feuer, okay? Ach komm, wir gehen dahin. Ach komm wir gehen dahin. Ah, schade, von den Roten sind das besonders gut gekommen, muss man. Absurd. Weil die ja schon, doch gar nicht in den Fall sind. Die Pfeile nehmen. Ja, Rückzug ist richtig so. Geht in Formation. Halte A gedrückt, um Pfeile abzuwehren. Jetzt weg, zurück! Ich habe das Pfeile, die Pfeile, die Pfeile, die Pfeile, die Pfeile! Ha 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 ha! Er ist bereit, dann gehen wir hier hin! Ich bin hier hin gefahren! Rückzug! Rückzug! Ganz richtig! Und jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer! Bewegung! Ist meine Hintergrund denn eigentlich die Flotte da noch? Ach, witzig. Die lassen mich nicht vorbei. Ich muss ein bisschen umgucken hier, ey. Mehr Papa! Ihr da! Hebt das Gegengewicht an! Ich stehe hier nach oben und löse die Kankensperre! Ja, jetzt hatte ich gerade probiert, die Pfeile schnell zu schmeißen. Wir müssen aber nicht jetzt nicht nahe genug ran. Er muss das Gegengewicht anheben, Marius! So ist er aber nah genug dran. Pfeileraufgaben. Und schnell die Hebel. Beide Hebel. Mitgemacht, mitgemacht. Mitgemacht. Oh, Heilung aktiviert. Ach, das war echt nicht so richtig. Mit dem Arm steckst du nicht mehr zu. Oh, Heilung. Oh, Heilung. Verdammt. Wir müssen mal vor die Tippen geäußert werden. Viel wichtiger. Verluste! Beheil dich da drinnen! Du bist hilfreich! Du bist hilfreich! Du bist hilfreich! Scheiße! Jawohl. Und jetzt? Die Flotte ist frei. So werden Helden geboren. Achtung, Männer! Ein mutiger Mann! Durchlebt den Tod! Einmal! Feuglinge! Immer wieder! Jetzt haben wir das Blut! Dieser Barbaren vergossen! Wissen jetzt, dass sie bluten wie wir! Bereit! Und los! Vorwärts! Get her! Auf die Roten drauf achten, wie viel Pfeis am Ruf war, dass sie eben entschlägt sind von der Atelier. Das ist alles in-Engine. Kein Video. Wahnsinn. Ah! Rotgeleuchtet. Ah, bestimmt das Blut gebrückt. 2 auf einmal! Das ist ja witzig. Ich muss anzeigen, ein bisschen mehr hin und hier wieder. Ich muss anzeigen, ein bisschen mehr hin und hier wieder. Ach. Nehmen wir ihn, was wir für uns nicht zu tun haben. Ich habe doch dann näht mal einfach was. Ah. Ah. Ach. 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 Das war's für heute. Unsere Flotte wird zerstört! Wir müssen diesen Turm außer Gefecht setzen! Tja, ich... oder ist das der F*** hier vorne? Den meint der. Die Schlachtenstandard wieder. Wir gehen in Formation. Das A, ne? Wenn die Pfeile kommen, sieht das aus. Richtig. Okay, wir können selber jetzt werfen, diese... die Pilas, diese Wurfpfeile, können wir jetzt selber werfen. Und desto länger wir gedrückt haben, desto besser wird der gut. Und werfen! Oh, einer lecker. Und werfen! Mal ganz kurz, bevor wir noch weitergehen. Was denn das bitte für ein krasser Strand hier einfach? Wie plastisch das aussieht! Und dann noch so mit Blut getränkt! Hammer! Boah! Einfach beeindruckend, ey! Super, super geil! Da hoch! Da hoch! Da hoch! Da hoch! No! Nehmen wir diese Feste ein! Los! 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 Wir sind in Position! Ho peut! Fass auf! Bisschen Sammelgut einsammeln Können wir doch nicht schnell weg machen Dafür haben wir doch unsere Speere Wir haben keine Pfeile mehr, schnell oder Pilas Scheiße, ist der nicht alle auf einmal los? Wenn ich hier die Abteilung oder so Oh mein Gott Selber schießen macht er nicht Wieso hier ist das automatische Schießen? Nee Wir haben nicht die Aufklärung. Im Verstärkung Was ist das Ziel? Meieää.. Mein gott Ich hätte besser oben bleiben sollen Ja Erneut versuchen Okay, bleiben wir erst oben und schießen von oben ein paar ab Wir müssen die Barrikade halten, bis unsere Schützen eintreffen Ich weiß nicht, ob das was bringt aber schon wieder zig Verbesserungsmöglichkeiten Gesundheit können wir nichts machen Fokus mache ich einfach an alles Zuwachs geht auch noch 23.000 Ja, und noch mehr Fokus Und zurück Legionäre Linie bilden Kommt schon um danach Nehmen wir diese Feste ein Los, los, los Wir sind in Position Fokus schimpfen, fass auf Ich muss nicht schnell genug von Anfang an die ausschalten Ich weiß, wenn die hinter den Dingern sind Doch nicht immer so die Steuerung, wie man das möchte Wenn er dann noch in einer anderen Animation schlägt Zum Beispiel, ich kann jetzt Der ist noch im Werfen gewesen Ich kann dann nicht ausweichen Wann ist das den Dividend dahinter erwischt? Und schnell weiterreifen Naja, wenn wir nehmen, haben wir Hilfe, weiß ich Die Hilfe ist unterwegs Neine Pfeilung Er steht davor und dieses Schildschlagen, das macht der, äh, das ist die gleiche Taste wie das Aufsammeln. Und obwohl das da steht, dass man aufsammeln soll, sieht man, dass er es nicht macht. Ich kann nicht ausweichen, in dem Moment, wo ein Pfeil kommt. Och. Seit wann stand da, dass ich den Salber abfeuern kann? Was ist das? Auf die Dächer, Deckungsvolk Marius, bietet Unterstützung für den Nahkampf, hat aber den Nachteil, dass du den eigenen Pfeilen ausweichen musst. Unterdrückt den Beschuss durch gegnerische Schützen, aber keine Unterstützung für den Nahkampf. Ja, im Nahkampf krieg ich alleine hin. Eigentlich ja, wie die Wohnschützen oben sind, aber... Ach, wo bist du denn her? Wo gehst du denn hin? Zeig ich dir jetzt. Also eigentlich hieß es, äh, sogar egal, wenn ich das nicht drücke. Ich kann eine Hinrichtung nicht versauen, in dem Sinne. Ähm, was mir auch gefallen ist... Wo bekomme ich dann einfach weniger. Umführende raus. Aber den Knochen, bei den großen Hälften, der Fokussion ist enorm. Noch mehr? Ja, da. Das ist, solange wir Fokuss haben, dass wir freundlich garst. Das ist, solange wir Fokussion. Was ist ihr right, Mann? www.knochen.de Ja, ich finde, Bir Lift beruf! Was ist ein包 любовig... Wir können sie von rechts flankieren oder den Storpio zu unserer Linken übernehmen. Was meinst du? Kann man Befehl geben? Oder den Storpio benutzen. Zu unserer Runde. Achso, da sind wir Schützen. Nee, ich will kämpfen. Dann muss ich jetzt gar nicht teuer mit denen. Hahaha. Jetzt muss ich alles immer mit in die Richtung gehen. Hm. Wieso steht er denn daneben? Aha. Aha. Es hat ja was gebracht, um aufzuschießen. Und Tschüss. Wie können wir die ausschalten? Da sind die Pfeile irgendwo. Hm. Da ist einer. Wir können auch mal wieder nicht hinnehmen. Vorwärts! Zur Mauer! Zurück! 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 Haha, zieht euch zurück. Auf geht's! Dann seid ihr Armbarisch! Dann seid ihr Armbarisch! Putz! Er deckt den Größenmechanismus wenn er sich anutil umgreifen! Lass sie nicht herüber! Wir sollten uns die Schützen da oben ausschalten, ne? Ach, da geht rund ober was? Ja, da drin! Dann kann man was kaputt schießen. Deswegen kann man nur eine Pfeile holen. Das wäre die Reisiger jetzt schon zu Ende. Und noch ist das so. Noch ein paar Pfeile mitnehmen und los gehts. Und den Punkt auf Pfeilung wieder schalten. Halt sie den Fall. Folgt mir. Los. Dein Vater war mir voll. Es ist eine Ehre mit seinem Sohn zu lieben. Hier. Schlechten. Die Knappe hoch. Los! Und soviel wie geht. Mit den Speeren direkt Schon wieder mächtige Fähigkeiten Nehmt das Katapult ein und zielt damit auf den Turm Gebt ein Zeichen, wenn ihr bereit seid Wir halten die Bastarde auf Befiehle den Truppen, das fordere, du Katapult zu behandeln Den Truppen Nehmt das Katapult Ah, wir müssen die jetzt beschützen, ne? Ja, das war schon richtig Unser Maschinengewehr ist jetzt ja kein Problem Ernst, das hätten wir auch besser gewissen können Das ist ja nicht so Ich guck's an, das ist ja smoking Wow Ja, ja, ist klar Das hältst du von den Fokus 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 Ich du natürlich Weg mit deinem Dekord! Weg mit deinem Dekord! Salbe abfeuern! Feuert! Das ist praktisch! Wer ist er denn? So ein VIKINGER! Wir müssen direkt mal schnell Fokus nehmen! Und laden doch gleichzeitig wieder mit dem Finishern auf! Also es sind viele Kombinationen! Kann ich den da runterstoßen? Ne! Boah schade! Das wäre ja lustig gewesen! Und dann müssen wir das nochmal aufrufen! Halt mit Kamerad machen! Halt mit Kamerad! Halt mit Kamerad! Dann frage ich mich wofür das Treten in den Fokusmodus, wenn der die so wegkickt, wofür das eigentlich gut sein soll! Aber sonst würde ich nur Platz zuschicken! Dafür kriege ich dich! ... und hör auf den Kopf! Guck! Dörr! Koff! Jetzt mach es! Katapulte feuern, natürlich! Wo waren denn die alle gerade? Die Strecke sind in der Tür. Die Strecke sind in der Tür. Fabius! 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 Comandants, Italien! Fabius! 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 Comandant! Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm. Und trage ihn. Legionäre, valutiert eurem neuen Zenturium! Und schon gut beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt! Wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist? Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen! Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen! Rom ist Zivilisation! Rom ist Gesetz! Rom ist Stärke! Und hier draußen sind wir Rom! Und hier draußen sind wir Rom! Kommandant! König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York! General Commodus und die sechste Kohorte haben den Feind angegriffen! Doch ihr Schicksal ist unbekannt! Mach die übrigen Boote fest und entladet sie! Und mach die Truppen bereit! Wir marschieren! Nach York! Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal! Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert! Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht! Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört! Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes! Wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten! Die Späher berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher! Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen! Aber wir haben keine Chance! York wird fallen! Bei den Göttern! Auf jeden von uns kommen 20 dieser beharrten Bastarde! In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden! Ihr wollt nicht angreifen! Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei Ihnen! Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen! Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen! Diese Briten haben ihre eigene Haft. Sie haben keine Ehre! Dieses Ungeziefer wagt es sich gegen Rom zu erheben! Sie verdienen es unseren Zorn zu spüren! Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug! Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden, anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen! Verstanden, Centurio! Verstanden, Kommandant! Also gut! Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen! Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern! Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen! Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen! Du wirst also zunächst allein sein! Verstanden? Ja! Ist meine Ehre! Ist meine Ehre! Ein guter Punkt, um den Teil abzuschließen und den Barbarenkönig schnappen wir uns im nächsten Teil! Also, bis gleich!